Ja, hallo, meine lieben Zuschauer. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde meines Let's Plays von Battlefront Star Wars. Ich muss mir gerade so zusammenreißen, nicht Battlefield zu sagen, weil ich eben gerade erst Battlefield gespielt habe. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir spielen immer noch Vorherrschaft auf Waldmond Endor. Diesmal auch Seiten des Imperiums. Den ersten Punkt dazu erobern ist echt schwierig. Verteidig diesen Kontrollpunkt. Überlasst ihn nicht den Rebellen. Never ever. Wir setzen diese Kontrollpunkt. Erführe den Rebellen. Geht aber aus dem Weg. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Weiter vorrücken. Sie ziehen sich zurück. Fuck you. Scheiß Rebellen. Ihr seid nix reerts. Ich mach euch alle Löffel, ich mach's mal. Mit der Armbrust? War der eine Armbrust her? Sie wollen einen Kontrollpunkt übernehmen. Schlagt sie zurück. War der eine Armbrust her? Ich bin immer noch im Moment am überlegen, ob ich mir denn den Season Pass hole, wenn dann irgendwann mal ein DSC rauskommt. Wahrscheinlich ja. Wir haben Boba Fett für Unterstützung, Rekrutier. Das Rebellfakt ist in der Überzahl. Los, holt euch. Alter. Oh, da liegt er. Boah. Diese Map, ey. Da hab ich noch im Sterben noch den Sprungpack ausgelöst. So, das ist genau. Das ist nämlich der, der Boba Fett Blaster. Ich glaube, der muss noch. Ah. Ah. Unsere Informanten haben in der Nähe eurer Position Lea Organa geordnet. Eröffnet das Feuer, sobald ihr die Prinzessin seht. Okay. Sie wollen einen Kontrollpunkt übernehmen. Schlagt sie zurück. Also gut ist der nicht, muss ich mal sagen. Knapp vorbei ist auch da nicht hier. Okay. sei dir ein hässliches könnte dir mal jemand töten also die waffe ist scheiße dann nehme ich lieber den k elf zum spiel die englisch auch kommen ich muss mal wieder ein bisschen von dem zeug einkaufen gehen ja super wie konnte der mich jetzt ich bin jetzt 20.000 bäume hin und her gejumped und trotzdem ich würde ja gern mal jemanden töten mitten in die feinde reingetampt ich hab mal wenigstens mal einen getötet drei hab ich getötet wir sind raurig die rebellen fliegen setzen sie weiter unter druck alter ernsthaft das ding ernsthaft gegen fucking baum geworfen habe gerade das war aber eben mehr glück als verstand alter wieso hat hier alles klar das ding ist einfach wer von euch hat eigentlich schon den neuen star wars ich habe ihn mittlerweile auch sehen können und muss sagen dass ich leider ein klein wenig enttäuscht bin dass ich leider ein klein wenig enttäuscht bin ja eigentlich mehr als klein wenig weil es ist leider doch nicht so viel wie ich erwartet habe es ist leider nicht ganz so wie ich es erwartet habe also moment können wir mal dieses packen unsere truppe übernehmen einen kontrollpunkt doch dass man aus dem schild heraus schießen kann ich wünsche mir so zwei drei sachen eigentlich die ich ja von battlefields gerade eben hab für battlefields gespielt da sind es gibt es einfach ein paar sachen die ich mir wirklich wünsche zum Beispiel einfach den leuchten markieren kill es ist immer nur fucking kill es ist wir müssen nur noch ein paar dieser verräter erledigen dann haben wir die schlacht gewonnen wir verlieren einen kontrollpunkt alter schwede Mensch schweiß zwileg was machten die hier gehörte nicht irgendwo als tänzerin hin war nicht mein freund hinter mir verteidigt diesen kontrollpunkt ja das war klar und schon wieder der Tilek ja gut die hat auch die Han Solo Waffe die ich übrigens auch nicht bekomme vielleicht in dieser Aufnahme Session weil ich brauche nur noch eine Stufe ein Level Fliegen die Rebellen vom Baum komm wo seid ihr? scheisse Rebellenpack kommt hin ja dann die Entfernung mal eben gar nix was war davor nützt nix bin zu weit weg das ist keine Ecke wir haben gewonnen kurze Runde ja mein Lieben 9 zu 14 wir arbeiten uns langsam hoch wenn es euch gefallen hat schreibt es mir in die Kommentare und ich hoffe wir sehen uns dann morgen zu einer weiteren Folge von Battlefront Star Wars Battlefront wieder vielen Dank bis morgen Ciao das La untertitel ist bei die der